Die Ölpest vor den Galapagos-Inseln weitet sich aus. Dem einzigartigen Naturschutzgebiet im Pazifik droht eine Umweltkatastrophe. Nach offiziellen Angaben hat der Ölteppich die Küste der Insel Santa Fe erreicht. Aus dem am Dienstag auf Grund gelaufenen Tanker Jessica sind bereits fast 800.000 Liter Öl ausgelaufen. Der Ölteppich bedeckt eine Fläche von etwa 1200 Quadratkilometern. Seelöwen, Pelikane und Möwen sind bereits durch den Ölfilm verschmutzt. Die Galapagos-Inseln sind für ihre unberührte Tier- und Pflanzenwelt bekannt. Fast alle dort lebenden Reptilien sind einzigartig in der Welt. Seit 1934 stehen die Inseln unter Naturschutz. Der Umweltminister von Ecuador, Rodolfo Rendon, rief zu verstärkter internationaler Hilfe auf. Flora und Fauna der Inseln seien ernsthaft bedroht. 500 einheimische Rettungskräfte und Experten aus den USA sind vor Ort im Einsatz. Sie versuchen mit Barrieren eine weitere Ausbreitung des Ölteppichs zu verhindern. Erschwert werden die Hilfsaktionen durch das empfindliche Ökosystem des Naturschutzgebiets. Die üblichen Chemikalien zur Ölbekämpfung können dort nicht eingesetzt werden. Klimaforscher sind zutiefst besorgt. Die Erde erwärmt sich nach jüngsten Erkenntnissen stärker als bisher angenommen. In den nächsten 100 Jahren werde sich die Temperatur um bis zu 5,8 Grad Celsius erhöhen, warnten UN-Experten heute in Shanghai. Der Meeresspiegel werde dadurch um bis zu 88 Zentimeter steigen und möglicherweise Millionen Menschen zur Umsiedlung zwingen. Der Leiter des UN-Umweltprogramms Töpfer sagte, angesichts der Erkenntnisse sollten in jeder Hauptstadt und allen Kommunen die Alarmglocken läuten. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. Januar. Winter ade. Milde Luftmassen vom Atlantik sorgen dafür, dass in Lagen unterhalb von 800 Metern der Schnee weiter dahin schmilzt. Von der Biscaya naht ein neues Tiefdruckgebiet. Seine Wolkenfelder bedecken morgen die gesamte Westhälfte Europas.